Donnerstag, 2. Juli. Es ist ein sehr guter Tag, um Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen. Das heutige Symbol ist das FIEG und das steht für Stabilität, Schutz, Vaterschaft, Reglement und Ihre Kraft nimmt zu. Das Element Feuer feuert Sie auch sprichwörtlich an, zu erschaffen, etwas weiterzubringen. Es geht aber auch sehr temperamentvoll zu, bis sogar hitzig. Trotzdem wäre der Tag gut, um mit klärenden Gesprächen Missverständnisse auszuräumen. Auch Lüften, Trocknen ist ratsam. Abfüllen, Konservieren sind ebenfalls begünstigte Tätigkeiten. Und die heutige Bauernregel sagt, fällt heute Regen am Heimsuchungstag, er für wochenlang wehren mag.